Ja, herzlich willkommen. Diese Pilatesstunde dreht sich rund um Schulter und Nacken. Ich freue mich sehr, das ist Corinna und Katrin, mich unterstützen. Zwei wunderbare Pilateslehrerinnen, die auch hier im Flühen oben regelmäßig unterrichten. Innen- und Außenrotation. Dein Unterbauch aktiv, sodass das Becken gut aufgerichtet ist. Und deutlich spürbar dreht der Kopf sich nach innen und aus. Reise an, senke deine Arme wieder gegen einen gedachten Widerstand. Mit der Ausatmung ziehe die Bauchkraft nach innen und oben und die Arme fließend ausatmend nach oben und einatmend nach unten. Und stütze dich kraftvoll auf deine Arme, die Schultern sind breit. Mit der Einatmung beuge die Arme dicht neben deinem Brustkorb. Um gleich wieder ausatmen, die Kraft der Mitte auf die Schultern zu übertragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017